Heyo Leute und willkommen zu einer kurzen Info-Stunde bzw. Info-Time. Heute habe ich mir ein bisschen was überlegt, was ich euch erzählen möchte. Ihr habt hier im Hintergrund gerade das schöne Let's Play mit dem Nick und dem Jesse. Ich habe mit den beiden Runde Survival Games auf Rennschnitzel gespielt. Und ich finde, ja, ist ganz gut gelaufen. Aber das seht ihr ja selber. Ich habe jetzt ein paar Sachen, die ich euch gerne so erzählen würde. Und zwar sind das so ein paar Sachen wie, ich habe demnächst einen Upload-Plan mir zusammengestellt, den ich demnächst auch ausführen werde. Also heißt das so viel wie, demnächst kommen regelmäßiger Videos. Und dann habe ich vor, auch, wenn möglich, mehr zu unterstützen, sage ich jetzt mal. Also nicht die ganze Zeit ein Spiel, sondern auch mehrere Spiele. Nämlich sowas wie Minecraft, S4 und anderes. Garry's Mod habe ich vielleicht noch vor zu spielen, aber das weiß ich noch nicht genau. Und ich würde mal sagen, ich fange jetzt gleich mal mit dem ersten Thema an. Nämlich das Thema Videos. Welche Videos und Spiele möchtet ihr gerne haben? Ich bin auf eure Vorschläge, immer für eure Vorschläge offen. Ihr könnt mir sagen und euch wünschen, was ich machen soll. Denn auf euren Wünschen baut alles auf. Wenn ihr zum Beispiel jetzt kein S4 mehr wollt oder mehr S4, dann schreibt es mir. Schreibt es mir in die Diskussionsseite auf meinem Kanal. Ich werde sie direkt verlinken. Und schreibt mir auch, wenn euch was nicht gefällt, wenn euch was gut gefällt, wenn ihr mehr von etwas wollt, wenn ihr weniger von etwas wollt. Wie gesagt, eure Vorschläge erhalten. Mein, ich sag jetzt mal, mein Kanal am Leben. Ich habe, wie gesagt, jetzt zum zweiten Thema zu kommen. Ein Uploadplan mit zusammengestellt. Ich habe überlegt, zum nächsten Mal für montags, habe ich mir ein Projekt überlegt. Das werde ich euch aber noch nicht ganz sagen. Dienstags wird eine Survival Games Runde kommen. Mittwochs wird momentan auf dem Uploadplan steht da nichts. Donnerstags soll eine Runde S4 kommen. Und samstags eine Runde Minigames. Mehrere aber. Nicht nur ein Minigame für eine Runde, sondern so fünf, sechs Stück am Stück. Und dann, ja, werde ich... Also ihr könnt mir jetzt schreiben, wie ihr den Uploadplan findet. Ihr könnt euch ja gerade mal eine Skizze machen. Montags, unbekanntes Projekt. Dienstags, Survival Games. Donnerstags, S4, Samstags, Minigames. Wenn ihr sagt, euch gefällt was nicht. Ihr wollt zum Beispiel Survival Games und Minigames tauschen. Dann schreibt es mir in die Diskussionsseite auf meinem Kanal. Ich werde sie verlinken. Wenn ihr was dagegen habt, dass ich so einen speziellen Uploadplan mir zusammenstelle. Dann sagt es mir auch. Wenn ihr sagt, nee, wir möchten keinen speziellen Uploadplan. Uns gefällt es so, wie es momentan ist. Dann kann ich meinetwegen auch so weitermachen. Und dann kommen wir zum nächsten Thema. Ich suche momentan ein paar Sprecher, die auch bereit wären, ein bisschen zu reden, sage ich jetzt mal. Eine Rolle zu spielen und einiges anderes. Ja, bevor ihr jetzt bestimmt irgendwas denkt von wegen, ah, das gehört doch zum Projekt. Ja, das hängt mit dem Projekt zusammen. Das Projekt, was ich nämlich vorhabe, sind Kurzfilme. Ich habe vor, demnächst Kurzfilme zu machen. Jeden Montag einen Kurzfilm oder einen Kapitel vom Kurzfilm. Und dafür suche ich momentan, ja, was wohl? Sprecher. Ähm, das kam jetzt gerade irgendwie komisch rüber. Aber egal. Ähm, wenn wir das jetzt so sehen, ihr könnt euch über Skype bewerben. Meine Skype-Account steht in der Channel-Beschreibung. Kann ich meinetwegen auch verlinken. Wenn ihr es wollt. Ähm, und, ja, ansonsten. Genau. Ähm, Leute. Ihr könnt mich supporten, indem ihr mich weitergebt, indem ihr mir Tipps gebt. Ihr könnt mich unterstützen, indem ihr sagt, was ich besser machen kann auf meinem Kanal. Ihr könnt so viel machen, um mich zu unterstützen. Aber bitte, bitte fangirlt nicht oder fanboyt nicht auf meinem Kanal. Das regt nämlich extremst auf. Nicht so kommen, oh, Dosenplay ist der Beste. Und sowas in die Richtung, weil das regt mich momentan noch ein bisschen auf. Ich muss damit erstmal fertig werden. Und ansonsten würde ich sagen, seht euch das Gameplay zu Ende an, wenn ihr wollt. Wenn ihr allerdings nicht wollt, dann, ja, dann, ja, dann, 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 dann schaltet jetzt einfach weg. Und ansonsten, macht's gut und haut rein. Bis denne. Bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020